In diesem Video zeige ich dir, wie einfach du deinen Router und WLAN einrichten kannst. Dazu verbinden wir als erstes deinen Router mit deinem Internetanschluss. Grundsätzlich wird in Deutschland zwischen drei verschiedenen Internetanschlüssen unterschieden. Das ist TAE, Kabel und Glasfaser. Passend zum Anschlusstyp gibt es dann natürlich auch die richtigen Router. Manche Router unterstützen auch mehrere Anschlüsse. Die meisten Anbieter schicken dir einen passenden Router mit oder vermieten dir einen. Wenn du jedoch deinen eigenen Router verwenden möchtest, dann ist es wichtig beim Kauf auf die Anschlussart zu achten. Ich werde dir jetzt die verschiedenen Anschlüsse und Verbindungen zeigen. Wenn du einen DSL-Vertrag hast, dann läuft das Signal über das Telefonnetz und kommt bei dir aus dem TAE-Anschluss. Irgendwo in deiner Wohnung findest du dann einen Anschluss an der Wand. Dieser wird etwa so aussehen wie auf diesem kleinen Kasten hier. Stecke dort das Kabel auf die mittlere Position. Das passende TAE zu RJ45-Kabel gibt es in der Regel zum Router dazu. Das RJ45-Ende steckst du in deinen Router. Die Position ist mit DSL oder WAN bezeichnet. Wenn du dein Internet über Kabel erhältst, dann kommt es bei dir aus der Multimedia-Dose, über die auch Kabel-TV verfügbar ist. Wie immer sollte ein passendes Kabel bei dem Router dabei sein. Das Kabel besitzt zwei gleiche Enden und der Anschluss an der Wand und an deinem Router sind gleich. Bei Glasfaser gibt es mehrere Möglichkeiten. Da bekommst du häufig ein Glasfaser-Modem von deinem Internetanbieter. Von diesem aus geht dann ein ganz normales RJ45-Ethernet-Kabel in deinen Router. Bei einem Speedport-Router von der Telekom steckst du das Kabel in die mit LINK bezeichnete Position. Bei einer normalen Fritzbox steckst du das RJ45-Kabel in die mit WAN bezeichnete Position. Alternativ gibt es auch die Fritzbox Fiber, welche ausschließlich Glasfaser unterstützt. Die Glasfaser wird da direkt an der Fritzbox angeschlossen. Der am häufigsten in Deutschland verwendete Standard für Glasfaser ist G-Pon. Der Standard Aon ist hier eher seltener vertreten. Zu der Fritzbox Fiber bekommst du auch passende Verbindungsstücke für G-Pon und Aon dazu. Welcher Standard bei dir der richtige ist, erfährst du von deinem Internetanbieter. Du kannst deinen Router bedenkenlos anschließen, da kann nichts passieren. Wenn du das Netzkabel einsteckst, dann verbinden sich viele Router sogar schon vollautomatisch. Das dauert je nach Router ca. 10-20 Minuten. Sobald die LEDs aufhören zu blinken, ist der Router fertig. Falls sich dein Router nicht selbstständig mit dem Internet verbindet, dann ist es notwendig die Zugangsdaten in der Software vom Router einzutragen. Die Zugangsdaten bekommst du von deinem Internetanbieter. Zum Eintragen der Daten und zur Verbindung mit dem Internet zeige ich dir jetzt, wie du auf deinen Router zugreifen kannst. Das geht über LAN-Kabel und WLAN. Verbinde zum Beispiel deinen Router über ein LAN-Kabel mit deinem Laptop. Danach öffne deinen Internetbrowser. Je nach Hersteller findest du die notwendigen Logindaten auf der Rückseite von deinem Router oder in den beigelegten Dokumenten. Bei einer LAN-Verbindung gibst du die HTTP-Adresse in deinen Browser ein und bestätigst diese mit Enter. Danach kannst du das Router-Passwort eingeben. Nun besitzt du vollen Zugang auf die Routereinstellungen. Eine WLAN-Verbindung ist genauso einfach. Du benötigst jetzt den WLAN-Name und den WLAN-Schlüssel. Öffne dann rechts die Netzwerkverbindungen. Dann suche nach dem Netzwerknamen von deinem Router und wähle Verbinden. Gebe nun den WLAN-Schlüssel ein. Wenn du mit dem Netzwerk verbunden bist, kannst du mit deinem Internetbrowser über die HTTP-Adresse und das Passwort auf deinem Router zugreifen. Das Internet sollte jetzt auch schon gehen. Falls nicht, dann ist noch die Eingabe der Anmeldedaten von deinem Internetanbieter notwendig. Das ist jedoch bei jedem Gerät etwas anders. Lese dazu am besten das Handbuch. Wenn du die Anmeldedaten nicht findest, frage deinen Internetanbieter. Ich sage dann schau. Weitere Videos findest du auf meinem Kanal.